Im südbadischen Europapark Rust bekommt Miss Germany immer dann eine Schwester, wenn die Fußball-Nationalteams eine große internationale Trophäe ausspielen. Folglich suchte die Miss Germany Corporation in diesem Jahr die Miss EM 2016. Torgefahr und Zweikampfstärke waren natürlich nicht die einzigen Kriterien, so dass auch die Kleinen unter den Fußball-Nationen in diesem Wettbewerb eine richtig gute Chance hatten. Hier punkteten Grazie und Anmut und wohl weniger der Killer-Instinkt. Ich hoffe, ich werde ihre kleine Sonnenstrahle und Frankreich ist so glücklich, die Europameisterschaft zu empfangen. Bonsoir! In Bademode machten dann eigentlich alle Bella-Figura. Zum Sieg braucht es das ganz gewisse Etwas. Und das hatte Islands wunderschöne Eisprinzessin Arna, ihr Jonsdottir. Miss Iceland 2015, Stabhochspringerin und angehende Hebamme. Eine Woche vor dem Anstoß in Paris verwies das Multitalent die Fußball-VIPs Deutschland und Portugal mit Riesenvorsprung auf die Plätze und kannte sogar das Geheimnis ihres Erfolges. Bringe allen Menschen Respekt, Freundlichkeit und Verständnis entgegen, egal wo du bist. Und sei du selbst. Ganz wichtig, sei immer du selbst. Wherever you are.